Tirol ist ein Land, ist ein Land, ein Kleins, ist ein Schienz, ist ein Feins, und der Island ist Mainz. Der Söder und der Böhmermann erklären Tirol zum Ballermann. Das Angebot, das ist das Beste, richtet sich nach dem Wunsch der Gäste, und es kommen, das weiß man ja, die meisten aus Germania. Warum wohl, darf man sich da fragen, weil sie den Söder nicht mehr ertragen. Seine Politik, die ist zum Haare raufen, drum fahren die Leute nach Tirol, sich zu besaufen. Vergessen ist für ein paar Tage der Söder diese Bayerischplage. Nun noch ein Wort zum Böhmermann, der nichts als Leut verarschen kann. Behauptet fest, es sei Satire, doch es ist Mist, stinkige Schmiere, was dieser Todel von sich gibt. Auf Kosten anderer Geld zu machen, das ist zum Kotzen, nicht zum Lachen. Ein abgebrochenes Studium reicht aus, um eben andersrum sich reichlich viel Gehör zu schaffen. Man muss ins ZDF nur gaffen. Denn, wenn man glaubt, es geht nicht blöder, kommt Böhmermann oder gar der Söder. Nein, wenn man sagte, das economicsverachtschiff! Hahahaha